Hi, ich bin Kingsley Schindler und bin rechter Verteidiger. Ich kann beides, am liebsten spiele ich hinten und kann so nach vorne kommen und dann auch als Schwimmer agieren. King. Hört sich besser an und so nennen mich alle, egal wo ich bin, alle nennen mich King. Kochen. Ich koche ganz gerne. Ich bin jetzt schon länger von zu Hause weg und musste früh selber für mich sorgen. Deswegen koche ich lieber, als mir was zu bestellen. Ghaner, weil meine Eltern kommen beide aus Ghaner und haben nur sehr viel Verwandtschaft drüben. Zuletzt war ich letztes Jahr dort, weil ich zur U23 Nationalmannschaft eingeladen wurde. Hase. Auf 30 Meter 3,85 Meter. Podolski. Weil er für mich eher der lustigere Typ von den beiden ist. Und so bin ich auch. KING. Da muss ich auch sagen, da habe ich mir auch gesagt, bin ich ziemlich neidisch drüber, weil so einen Spitznamen hat natürlich nicht jeder. Er nimmt das mit Humor zum Glück und ein feiner Junge, der sehr, sehr lernwillig ist und der, glaube ich, seine Chance jetzt in der Dritten Liga auf jeden Fall nutzen möchte. Para nicht. Fangen mit uns hier im Pl supuesto auch sagt, dann geht's mir auchđ. Fangen mit uns hierzu aus. Untertitelung des ZDF, 2020